Meine Damen und Herren, der neue Cayman GT4 und der neue 911 GT3 RS. Begrüßen Sie den Vorsitzenden des Vorstands der Porsche AG, Matthias Müller. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Porsche baut Sportwagen. Das gilt auch dann, wenn der meistverkaufte Porsche heute vier Türen hat. Denn der große Erfolg, den wir mit der Übertragung von Sportwagen gehen, in unsere SUVs erzielen, hilft uns dabei.